Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Tagesdaro am 11. Oktober 2017 Die Mäßigkeit Was vermittelt für den heutigen Tag diese Taro-Energie? Wir sollen auf unseren Gefühlen achten. Wir sollen die Ruhe bewahren. Etwas mit Geduld noch abwarten, aber ein gutes Gefühl dabei haben. Vielleicht noch etwas vergleichen, ausgleichen oder einen inneren Gleichgewicht bekommen. Dazu eignet sich natürlich gerade eine Art meditative Haltung. Es kann auch eine Versöhnung sein, dass in einer bestimmten Situation, wo, wie zum Beispiel in Partnerschaft, wieder die Harmonie einkehrt. Es ist nicht klug, gerade spontane, schnelle Entscheidungen zu treffen, sondern wir haben ein Vorhaben, wir haben ein Ziel, wir haben etwas schon gesehen. Und jetzt sollten wir geduldig sein, bis das wächst und dehnt und aufblüht. Aber dieser Erfolg, das kommt. Also die Aussicht ist sehr gut. Es ist das Glück dabei. Es ist noch nicht sichtbar. Aber wir sollen auf diesen Erfolg vertrauen und noch geduldig abwarten, aber mit Ruhe. Wir brauchen diese Ruhe gerade. Wir brauchen diese Gelassenheit. Diese Taro-Energie oder Tagesenergie ist natürlich allgemein. Aber in welcher Situation befinden Sie sich gerade? Oder haben Sie eine Frage oder Klärung? Dazu können Sie natürlich die Blitzberatung buchen. Wie funktioniert eine Blitzberatung? Sie schreiben mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung at tenderasuzannamedici.com Dann können Sie Ihre Lebenssituation ganz ausführlich beschreiben. Ich nehme auch die Zeit dafür und können Sie Ihre Frage stellen. Oder nach meinen Rat fragen. Oder meine Meinung fragen. Oder die Energie, wo Sie sich gerade befinden, fragen. Und ich werde persönlich und auch blitzschnell diese E-Mails beantworten. Mein Honorar beträgt pro Frage, pro Themen 10 Euro. Und ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich blitzschnell. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.